Hallo Community, willkommen zu einer guten Nachricht für Dying Light 2 Fans. Update 1.4 steht in den Startlöchern. Ihr hört richtig, im Video gibt es alle Informationen zum heutig ausrollenden Update 1.4 für Dying Light 2. Es gibt eine fette Update Note, fette Patch Notes. Alles Wichtige, die wichtigsten Übersetzungen, was kommt auf uns zu, wann, wie, was passiert jetzt im Video. Ihr seid natürlich auf Smarty Let's Play, ich bin der Smarty. Als erstes eine kurze Ankündigung, noch schnell in eigener Sache. Ich habe ja mittwochs immer meinen zweiten Tag neu eingeführt, Livestream. Der alles ist möglich, Mittwoch, natürlich morgen, perfekt Donnerstag, in den meisten Teilen Deutschlands Feiertag. Bedeutet für mich morgen im Livestream die Ankündigung, den ganzen Abend Dying Light 2 hier auf Smarty Let's Play. Erstmal aber jetzt die wichtigsten Features, was erwartet uns im Update. Ich versuche für euch alles Wichtige schnell und kurz zusammenzufassen. Wie gesagt, vor 20 Stunden erschienen, hier die Twitter-Meldung und hier sind die kompletten Update Notes, die ganzen Patch Notes. Fangen wir mal ganz oben an und ich übersetze mal schnell die wichtigsten Fakten für euch. Wir werden willkommen geheißen zum ersten Chapter. Wir sollen Harper, einem ehemaligen Nightrunner, assistieren, die Spezialinfizierten in den Griff zu bekommen und sollen dafür Zugang zu niemals gesehenem Equipment erhalten. Da gehen doch die Ohren auf, oder? Die Features, die kommen. Als erstes kommt der Chapter Agent. Wir sollen Harper treffen, einen ehemaligen Nightrunner, der so als Verbindung für die neuen Eigenschaften und Features gelten soll. Wir werden ihm dann irgendwo irgendwie im Fischauge treffen und ihm helfen oder assistieren bei den neuen Aufgaben. Dazu, wie versprochen, kommt im Update auch schon das neue Rank-System. Wir sollen ein neues System entdecken, was die Stärke, die Verbindung zwischen uns und unserem Charakter deutlich verbessern soll. Dazu gibt es neue tägliche und wöchentliche Bounties. Wir haben eine Serie von täglichen und wöchentlichen Nachtaktivitäten, Nachtaktivitäten interessant, die uns sogenannte Reputationspunkte bringen sollen. Das steht hier und das bringt uns zu den neu verfügbaren Sachen, denn mit diesen, mit genügenden Reputationspunkten können wir durch den Aufstieg in unserem Rang Zugang zu neuen High-End-Waffen, neuen Outfits und neuen Verbrauchsgegenständen bekommen. Dazu wird uns das Spiel wohl zwei, ihr hört richtig, zwei neue Währungen bringen. Damit können wir dann neue Items kaufen, aber wir müssen vorab noch Proben sammeln. Wir sollen nämlich Mutationsproben von den Körpern der Spezialinfizierten sammeln und erhalten dafür einmalige, einzigartige Harper's Token mit jedem neuen Rang dazu. Und mit denen wird es dann wohl möglich sein, uns Zugang zu kriegen, wie hier oben geschrieben, zu High-End-Waffe, zu neuen Outfits und neuen Verbrauchsgegenständen. Als Gegner kriegen wir auch mehrere neue Gegner, insgesamt drei. Wir kriegen die Volatilen als Tyrann und als Hive und sowohl hier eine neue Mutatierten-Infekten-Art. Also insgesamt drei neue Gegnertypen. Und in der Chapter-Mission, hier als erstes mal zu den neuen Features, du hast zusätzliche Zeit-Trials, Zeitprüfungen, die eure Stealth-Fähigkeit, also eure Versteck-, eure Parcours-Fähigkeit und eure Kampf-Fähigkeiten unter Zeitbegrenzungen testen sollen. Wow! Aber nicht nur das, auch der Foto-Modus gehört zu diesem Update. Hier sind verschiedenste Features eingefügt, Distanz, Zoom, Roll. Wir können wohl zusätzliche Farbänderungen, Farbverbesserungen durchführen. Wir haben verschiedenste Filter und nicht nur das, sogar noch Spezialeffekte, die Richtung eines Action-Movies gehen sollen. What the heck, kann man nur dazu sagen. Umfangreich. Ich persönlich habe damit erst Ende Juli gerechnet, aber das klingt richtig fett. Aber kommen wir zu den Updates, die gekommen sind. Und ich scrolle erstmal runter, bevor ich euch... Als erstes muss ich euch direkt den untersten Satz. Beim ersten Durchscrollen möchte ich euch auf das hinweisen. Ihr seht das jetzt hier alles schon. Das Lustigste ist der letzte Satz. Nachdem sie das alles gefixt haben, schreiben sie hier unten nämlich. Und 1491 weitere kleinere Fixes wurden in das Update reingebracht. 1491? Really? Oh my God. Aber kommen wir mal auf die wichtigsten Punkte, die bestimmt einige interessieren werden. Das erste freut mich ungemein. Das Staubproblem um den Wien Seatower soll wohl endlich gelöst worden sein. Oder soll deutlich verringert worden sein. Das ist mir direkt ins Auge gesprungen. Mir ist hier ins Auge gesprungen. Eine bessere, verbesserte Spielereaktion auf Treffer. Dann haben wir hier weiter unten. Lasst mich sehen, dass ich bloß nichts übersehe. Weil es waren eine ganze Menge, die interessant waren. Wir hatten oft jetzt einen Bug, dass einfach Jagdsituationen gespawnt sind oder getriggert wurden, wenn man einfach nur die Safe-Zone verlassen hat. Hier scheint es wohl zu sein, dass man hier ein Fix gemacht wurde, dass ein Spawn, wenn es zu voll ist, nicht mehr passieren soll. Wir haben aber auch hier eine sehr interessante Nachricht. Special-Infected, Spezial-Infizierte, es wäre schwerer zu töten mit Fernkampfwaffen. Interessant. Ich fand sie jetzt auf Level 9 im Endgame jetzt schon extrem schwierig zu töten. Aber das soll wohl noch schwieriger werden. Allein hier haben wir also noch viele kleine Verbesserungen. Auch einer der entscheidenden wird nochmals erwähnt. Nochmal der Tag-Nacht-Bug, der Zeit-Frozen-Bug. Und dass nicht ins Bett schlafen gehen soll, soll auch behoben sein. Irgendwo, ich sehe es jetzt gerade nicht, kam auch ein kleiner Hinweis versteckt, dass die Schnellreise-Bugs die letzten behoben sein sollten. Es gibt im Koop alle die Fragen, Cross-Gen, Cross-Play. Nein, es kommt, wenn es kommt. Davon ist hier nichts genannt. Wir haben aber hier, ah, Overlapping Fast Travel Prompts. Wir haben die Koop-Stabilität wurde verbessert. Hier sind einzelne Black-Screens behoben worden. Wir hatten die Geschichte auch hier bei dem UI-Update ganz unten. Ein interessanter Punkt, den ich direkt mal zeigen möchte. Bei dem UI, also dem User-Interface-Update. Wir wären jetzt wohl direkt in der Lage sein, leichter Gegenstände miteinander zu vergleichen. Dazu viele kleine D-Pad-Control, sowohl für Xbox-PC als aber auch PlayStation. Gerade bei den technischen Updates freut es mich, dass die PlayStation hier auch nochmal einige Dinge wohl behoben wurden. Hier scheint ein Schwerpunkt nochmals in PlayStation gewesen sein. Wir haben eine verbesserte CPU-Performance. Wir haben aber auch Multiple, Multiple, genau, wir sind bei Multiple. Ah, Piep! Nein, wir haben hier auch verschiedenste Stabilitätsverbesserungen beim Start des Spiels, sowohl auf PlayStation und Xbox. Black-Screen, also ein schwarzer Bildschirm während der zweiten Waltz-Aufgabe soll behoben sein. Viele kleine FPS-Drops soll behoben sein. Und eben die 1491 kleinen Fixes. All das in diesem Update. Ich freue mich tierisch drauf. Morgen im Livestream, 100%ig geht es richtig rund. Sollte das Update heute noch relativ früh ausrollen, versuche ich mein Bestes, euch erstes Gameplay vielleicht noch heute zu präsentieren. Alles Weitere dann aber natürlich morgen im langen Livestream. Würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Das war's. Alles Liebe, alles Gute. Lasst uns die Daumen drücken, dass es richtig gut jetzt mit diesen neuen Features geht. Ich bin sehr gespannt auf die neuen Waffen, auf die neuen Optiken, auf die neuen Outfits, was da alles kommt, die neuen Währungen, was für Aufgaben hier kommen. Wird spannend. Alles Liebe, alles Gute. Ich bin fertig. Man hört und sieht sich. Ich bin raus. Euer Smarty sagt Tschö Tschö. Musik 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 Vielen Dank.